Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde Hexit. Ich bin heute mal alleine und das liegt daran, dass der Stegi ja schon in der letzten Folge oder nach der letzten Folge noch weiter aufgenommen hat. Und ja, ich werde jetzt mal mich ein bisschen koordinieren und sagen, was ich vorhabe. Und zwar habe ich letztes Mal Obsidian gefarmt, hier drin, was ein kleiner Fail war, weil ich die Lava hier nicht rausgenommen habe, wegen diesem komischen Bug. Dann bin ich da hinten wieder hingelaufen und wieder zurück und war ziemlich doof. Ja, auf jeden Fall wollte ich ja noch Bücher holen für ein Charmin-Table. Dafür brauche ich Zuckerrohr, habe ich aber nicht mehr, das heißt, ich muss auf jeden Fall noch was sammeln. Ich werde mal noch ein bisschen in die Kisse packen. Man hat hier so viele verschiedene Sachen, die wahrscheinlich alle gar nicht braucht. Oh, wir haben zwei Bücherregale schon. Am coolsten wäre es halt, wenn hier irgendwelche Dörfer sind oder wo, da kann ich mal gucken eigentlich, ob es da Bücherregale gibt. Ich gucke nochmal im Dorf selber, in unserem, ob wir irgendwo Bücher haben, mache ich hier auch mal eben Holz und dann mache ich noch, auch hier so eine Kiste, ah, ja, muss mal da sein. So, das ist mal alles weg, ah, 12 Paper haben wir auch noch. So, 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 Essen nehme ich mit. Äh, ähm, 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 ja, Kstoffeln, das passt schon. So, dann gucke ich hier eben durch. Da haben wir schon eine Melone. Es gibt ja nur ein einziges Haus, was Bücherregale hat. Wer wohnt hier? Rotpils. Oh, oh, oh. Oh, oh, ooo. Und das war Facebook. Ah. So. Ich sollte mal schlafen gehen. Oh, der Friedhof, den will ich mir auch mal mal angucken. Dener Horst Gock. S? Das war Komma, glaube ich. Diener, staub dich entfährt. Und Tadde, starb einfach. Okay. Er starb einfach. Null Tode. Yes! Also unser Ziel war auch hier nicht unbedingt Ziel, aber wir haben uns schon vorgenommen, relativ wenig zu sterben. Wobei, nach dem ersten Tod ist uns das von der Sache her relativ egal. Aber halt allgemein Null zu haben, ist schon cool. Und deswegen versuchen wir das lange wie möglich beizubehalten. Mal sehen, was das wird. So, hier sind eigentlich auch relativ viele Zuckerstangen, Zuckerrohrdinger, glaube ich. Allgemein in Sümpfen. Da müsste ich mal gucken. Hallo! Das ist ein scheiß Boss. Möge ich ihm Schaden? Nein. Der ist zu stark. Da kommt er einfach von der Seite. Alter. Hier ist Eisen. Oh Mann, weißt du, ich laufe da einfach lang. Auf einmal kommt da so ein... Keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall etwas Starkes. Egal, ich muss da trotzdem lang. Ich spring mal hier rüber. Ah. Oh ja, Mist. Einfach an ihm vorbei. Und dann da hinten rein. Um Bücherregal abzusahnen. Eigentlich ist es echt cool mit den Herzen, dass man da einfach wieder Leben bekommt. So, hier ist was. Neh ich mal mit. Am besten wäre es auch, wenn ich es anpflanze. Aber es dauert so ewig, bis das wächst. Ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwas an Bücherregalen ist. Aber, ich gehe einfach mal hoch. Und wir werden es dann sehen. Hier dauert es eigentlich ein bisschen länger. Weil wir ab hier eben Blöcke haben. An der Seite. Super. Ich hoffe mal, dass die Bücherregale sind. Habe ich gleich noch Blöcke? Sieht aber nicht so aus. Leider. Ansonsten würde ich einfach mal ein bisschen was erkunden. Hier sind auch noch Spawner. Dann springe ich da einfach runter. Oh Gott. Nicht, dass ich da auf dem Gravel lande. So, dann erkunde ich halt noch ein bisschen was. Um zu gucken, wo es noch was zu holen gibt. Deswegen gehe ich auch mal in diese Richtung nach hinten mit dem Boot am besten. So. Zack. Uah. Mal gucken. Da ist noch so ein Turm. Ach, da waren die wahrscheinlich, oder? Kann das sein? Weil ich habe die nicht gefunden. Ich dachte, die wären da drin. Aber da waren sie nicht. Vielleicht war das da. Oh, da sind die ganz hohen Bäume. Da kann man richtig viel Holz looten. Vielleicht könnte ich doch kurz mal reingehen. Mach ich ganz kurz mal. Ähm. Nur um so ein paar Oh, das sind Pferde. Nur um so ein paar Sachen abzustauben. Stirb! Hoffnung. Das Dumme ist nur, ich habe keine Füllen. So, Leder. Das ist eigentlich cool. Brauche ich auf jeden Fall. Boah, der ist stark. Ich sollte mich... Oh Gott, der brennt mich an. Ich sollte mal Block hinten. Das ist echt nervig. Aber okay, ich kann im Wasser kämpfen. er mit mir nicht ein Schlager. Er macht mich nur Schaden, Aber er droppt dann auch das größte Schöne. Und ich kann ja gucken, wenn ich zu wenig Leben habe. Oh, das ist noch mal hinter mir. Auch ein starker. Ne! Ein unsichbarer. Ich glaube, die macht mir keinen Schaden. Machst mir Schaden? Das Doch Der hat noch 25 Das ist gleich down Achso Doch Was wenn ich den Pfeil abschieße hat er wieder Voll Super Aber der nicht Der hat auch keine Anzeige bei mir Den habe ich also nicht mit dem Pfeil Abschieße, gut Oh man Pfeil ist auch gar nicht so Runtergefallen dürfte Mal gucken wie viel Schaden bekommt er Auch nicht viel Ich glaube das ist nicht so stark wie das hier Ja ungefähr gleich stark Ich muss mal regenerieren Habe ich noch was bekommen Ne Nur ein Living Metal irgendwas Das nervt dich gegen das Kippen Was Rare toasting zombie of being in your face Okay Oh ich steppe Hätte ich mal nicht abgeschossen Goldene Äpfel werden auch cool Schokobofetern Ich werde heute übrigens nicht so lange machen Weil ich die letzten Folge immer von ihm überzogen habe Oh 14 25 So ein Herz Letzter Schlag Mit zwei schlage ich nochmal So sehr schön Mal gucken was ich bekommen habe So eine Sichel Ich gucke gleich Knockback 1 und Fokus Was ist Fokus? Ich will wissen was Fokus ist Und Boots Die brauche ich nicht so Nicht so wirklich Dann gehe ich mal weiter nach oben Oh Jetzt wieder so einer Okay ich weiß nicht Ob ich das Teil dafür benutzen sollte Was kann der? Er brennt mich nur an Ne er macht den Schaden So So Er hat eine Schaufel gedroppt Wow Nice Efficient C2 Diamond shovel Noi Was ist er für einer? Warum kommen die alle runter? Wird beschwert So kann man schön Sachen looten So kann man schön Sachen looten He Der ist gleich tot Der hat mir nicht viel gegeben Soll ich Spawn die auch in Spawnern Die Kassenzombies Oder nicht So Mal gucken was ich noch so alles gelootet habe Oh noch so ein Schild Special Perk Closer Resistance Hier habe ich auch Und Water Damage Das ist genau das gleiche Okay Waterfall 2 Ja die Schaufel ist auch nicht cool So dann gehe ich jetzt endlich nach oben So Ach du tot? Tja Ich muss auf jeden Fall was essen Und schnell Stopp! Ups Ich wollte gar nicht mitschlagen So Du bist tot Das bräuchte gar nichts Außer vielleicht die Pfeile Und ein bisschen Cobble Die nicht mehr mit Die nicht mehr mit Ah Ich bin nicht angeschlafen Ja ich denke mal die krassen Zombies sind alles ausgestorben Die sind hier runtergesprungen So So Und so Aha Oh Die sollte ich eben weg machen So ähm Oh Gott was ist denn Das kommt weg Das kommt weg Äpfel nehme ich mit Kohle nehme ich mit Ich sollte vielleicht ganz unten Kiste machen wo ich alles rein tue Was ich nicht brauche Eigentlich wollte ich ja Zuckerrohr sammeln Aber egal Machen wir später Und ja wie gesagt die Folge sollte ein bisschen kürzer sein Deswegen Das wird jetzt auch schon Zu Ende sein Ich pack ein bisschen was weg Chocopedia Pfeile behalte ich Gucken die Rüstung So Relativ ganz Die behalte ich auf jeden Fall hier Gut das wars Dann Ähm Ja hoffe ich es hat euch gefallen Da würde ich mich über eine Bewertung freuen Und wir sehen uns beim nächsten Video Bis dann